Mein ärztliches und persönliches Ziel ist es, jedem Patienten, der sich mir anvertraut, ein natürliches und ästhetisch perfektes Aussehen zu ermöglichen. Ganz nach Ihren Wünschen in Kombination mit viel Fingerspitzengefühl und einem sehr großen Repertoire an plastisch-ästhetischen Operationen, aber auch an non-operativen Schönheitsbehandlungen. Meine Praxisklinik befindet sich im schönen München in der Maximilianstraße mitten in der Stadt. Hier besprechen wir Ihre Wünsche ausführlich, planen die Operation ohne Heile und empfehlen Ihnen die für Sie beste und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Behandlungsweise. Bei Bedarf bieten wir Ihnen eine Kombination an verschiedenen Methoden an, die selbstverständlich alle in den höchsten medizinischen Standards ausgeführt werden. Sie dürfen sich auf meine langjährige Erfahrung von tausenden von Operationen verlassen, vielen medizinischen Weiterbildungen und auch Ausbildungen von anderen Ärzten. Die Ausstattung unseres Rheinraum-Operationssaal zusammen mit unserem netten und bestens geschulten Personal sind allerbeste Voraussetzungen für ein perfektes Operationsergebnis. Wir bieten Ihnen hier die Möglichkeit einer Kombination der unterschiedlichsten Treatments und Schönheitsoperationen. Dieses an einem sehr privaten Ort und neben der hohen medizinischen Qualität inmitten eines sehr herzlichen Teams bieten wir Ihnen auch ein angenehmes Ambiente. Vor jeder Operation findet noch ein Aufklärungsgespräch statt und die Anzeichnung der operativen Korrekturen. Meist dauern unsere Operationen zwischen ein und vier Stunden. Sie dürfen sich aber auf jeden Fall auf ein wunderbares Ergebnis folgen. Während Ihrer Operation werden Sie im Narkose sein. Sie spüren keine Schmerzen, denn unser Anästhesie-Team um Dr. Yazici sind Spezialisten Ihres Fachs. Nach Ihrer Operation bleiben Sie zur postoperativen Erholung, meist für eine stationäre Nacht bei uns. Sie sind dort umsorgt von liebevollem Fachpersonal in einem unserer schönen Klinikzimmer. Sie werden sich durch unsere medizinische Versorgung sehr gut und sicher aufgehoben fühlen. Und auch schon bald nach der OP werden Sie sich über Ihr frisches und jugendliches Aussehen freuen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Rufen Sie uns einfach an oder vereinbaren Sie online einen Beratungstermin.